Er sagt, die Auto sieht dämlich aus. Na und? Das ist doch nicht so schlimm. Danke, Sie haben mir das Leben gerettet. Sag es schön. Ich wollte ja nur dafür sorgen, dass Ihnen nichts passiert. Ist das Ihrer? Guck mal, was ich kann. Ich weiß nicht, ich meine... Ich meine, er gefällt mir. Er sieht originell aus. Holen Sie mir meine Hose? Dämlich, ne? Deine Familie scheint einen ziemlich beschränkten Wortschatz zu haben. Das schmeckt genauso lecker wie ein Bananenmilch-Shake. Ach, du bist also der Familientrotte. Aber nur, wenn ich nur den Essen darf. Hallo, Lonnie! Nein! Habt ihr ein Problem, Jungs? Nein, ich... Sag es schön. Ich bin auch der Friedensrichter hier. Und die Betonung liegt auf dem Wort Frieden. Und ich sagte vorhin schon, für mich gehören zu einem Streit immer zwei. Aber wenn ich einen von euch einloche... Nein, ich laufe dir davon! Na ja, vielleicht sollte ich dann Bergsteigen gehen. Ja, das ist eine sehr gute Idee.